Schlechte Nachrichten, wenn du auf Playstation spielst, denn ab dem 6. September wird PS Plus deutlich teurer. Was genau? Ich erklär's dir. Für alle, die nicht mitkommen, PS Plus ist das Abo, was ihr braucht, um auf der Playstation online spielen zu können. Extrem nervig, aber braucht ihr eben. Und dieses Ding wird jetzt im Jahresabo teurer, und zwar ganze 27%. Sonys offizieller Grund besteht darin, dass sie weiterhin hochwertige Spiele produzieren wollen und dafür einfach mehr Geld brauchen. Wie schon gesagt, das Ganze ändert sich nur, wenn ihr das 12-Monats-Abo habt, denn hier starten zum Beispiel die Preise von PS Plus Essential von 60 Euro auf 72 Euro, von Plus Extra von 100 Euro auf 126 Euro und bei Plus Premium von 120 auf 152 Euro. Also ein ganz schönes Stück. Solltet ihr allerdings PS Plus Monat für Monat abonniert haben, dann bleiben die Preise erst einmal gleich. Trotzdem ist das Jahresabo auf jeden Monat einzeln gesehen immer noch am günstigsten.